Schon Kennedy wusste und hat das ja auch gesagt, man darf eine Atommacht nie in eine Lage bringen, aus der es keinen gesichtswahrenden Ausweg mehr gibt. Und ich finde diese Eskalation mit den Waffenlieferungen, ich finde das so unverantwortlich, weil das bedeutet für die Ukraine noch mehr Opfer, noch mehr Zerstörungen, noch mehr Leid. Aber es bedeutet auch für uns eine richtig massive Gefahr. Völkerrechtlich ist die Lieferung dessen, was wir hier tun, unabhängig, wie groß, wie klein, ob rechts oder links rumgestraubt oder gedreht, ist das kein Kriegseintritt. Angst vor einem Dritten Weltkrieg habe ich nicht, so Habeck in einem Interview mit der Zeit. Die Angst vor dem Dritten Weltkrieg, die manche umtreibt, speist sich ja auch aus der Befürchtung, Deutschland werde zur Kriegspartei. Dies sei aber nicht der Fall. Wir bilden jetzt auch ukrainische Soldaten aus. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat festgestellt, dass spätestens, wenn man Soldaten ausbildet, man nach dem Völkerrecht Kriegsteilnehmer ist, Kriegspartei. Sie wissen nicht, was sie tun.